Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Cuphead. Wir wollen diese Münze zerfisten. Boah. Hmpf. I'll be a monkey's uncle if I'm putting my Mola in the bank. For all I know, the devil probably controls the place too. They'll never get a hold of my gold if I spread it all around. And if some Joe happens to find a coin or two, good for him. That's what I say. Hmpf. Okay, ich dachte, das wäre ein Endgegner oder so. Ja, hier können wir nicht lang. Da unten ist Herr Mademoiselle Fisch. Wer angelt denn da unten Fische? Kannibalen, Abnormalen. So, da haben wir ein Böhnchen. Clip Joints Calamity. Regular natürlich. Simpel. Das Spiel macht echt ultra Spaß. Das ist Wahnsinn. Direkt die nächsten Gegner, labernit. Was wollt ihr von mir, oder? Fuck, 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 fuck. Fuck, okay, okay, ich habe es verstanden. Ich dachte, die kommen jetzt nur runter, so Space Invader-mäßig. Okay, okay. Ah! Nice! Okay, aber es macht gar nichts, weil... Bam! Deswegen. Ach ja, was willst du von mir? Vanguard. Das ist so easy mit euch, ey. Das ist einfach das Spiel auf der verschissenen Welt. It's not fucking easy, dude. It's not... Ja, komm doch her. Mach doch. Fuck, was macht er? Was macht er, was macht er? Von wo kommt er? Oh no. Was? Er wildet mich rum, der andere furzt mich an, hä? Ha, brah. Schäu, blääh. Oh, äh. Bordodokio, mi amadere. Abuzibu. Zum Glück kann ich so gut Italienisch... Fuck! Achtung. Konzentration. Konzentration. Nein! Easy. Hab ich mit Absicht so gedodged. Hab ich... Bam! Krass, wie gut ich bin. Ich kann halt adaptieren ohne Ende, ne? You need to adapt over the camera and shit in my... Fuck! Danke, danke, danke... Ah. Roll halt hierher. Ich weiß zufällig schon, was du machst. Als wenn ich aus der Zukunft kommen will. Sau langsam. Sau langsam. Boom. Boom. Boom, Alter. Ich hab so... Okay, okay. 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 Okay, okay. Der, der... Können Sie aufhören? Wow! Nein. Manchmal macht er es nach oben, manchmal nach unten. Ich weil... So, das war es aber auch schon wieder. Ey, es ist total easy, wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt, von dem ich... Oh fuck, was macht der jetzt? Oh shit, shit. Shit! Ah, der rollt jetzt seinen Mund rein. Das ist ja bescheuert, Leute. Sowas ist doch ungesund. Nein! Ich bin so blöd, ich springe einfach... Bam! Bam! Krass, man. Wie ich mitdenke. Den hab ich sowas von ge... What? What? Ah, das ist so easy, man. Ich dachte, es wird irgendwie schwer oder so, aber scheinbar wollte ich es hier auf easy lassen. Ich warte... Wow. Ah! Ich bin immer kurz davor, in die Münzen reinzuspringen. Also, das heißt immer, das zweite Mal eben. Na, komm doch her, Alter, mit da einen kleinen komischen Hunde-Halsband-Dinger da, die mich angeblich anhitten, aber nicht wirklich. Ich werde es jetzt nicht etwa mit dem Second... Ich war so kurz davor. You went for broke and now you're cracked. Ich mach net noch mal meinen Fehler von gerade eben. Ich mach's net noch mal. Hör auf. Wie er fängt an mit seinem Zeug. Guck mal, Alter. Fuck, ich schieß in die andere Richtung. Ich mach die direkt jetzt... Okay, okay, okay. Waren wir so viele auf einmal? Weißt du, das Spiel ist irgendwie, dass ich gut geworden bin? Ja, roll doch hier her. Krass, Mann. Das geht so fix. Bam! Hit me, B. Hit me. You need to hit me. Boom. Shaka-laka-boom. Alter, ihr seid so lecker. Wow! Lecker leg, ey. Lecker leg. Lecker leg, Alter. Ich hab doch full life. Da. Ich muss nicht aufpassen. Jetzt rollt er in seinen Mund rein. Nein, ne? Okay. Vier leben, Alter. Four laughs and a laugh, Martha. Okay. Komm her mit den Dingern, Alter. Mach... Ach so, ich bin übrigens über der Anzeige. Aber ich fahre schon über der Lebensanzeige, ne? Das ist vielleicht ein bisschen Darm. Das wird doch immer schneller. Habt ihr das vorher net gemerkt? Ihr seid mal vielleicht... Oh, na! Nein! Ich wollte doch das gerade perischen. Hör auf, auf mich zu schießen, wenn ich perish. Du Bitch. Fuss! Oh, fuck. Okay. 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 Nein. Alter. Alter. Ich krieg's nicht gewacken. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Jetzt raff ich's. Jetzt hab ich den Dreh raus, Alter. Ich hab nur noch einen live, ne? Das ist lächerlich gerade. Okay, das ist schon der Proletztes Ding, letztes Ding. Hoffentlich kommen die auf den Boden. Bitte kommt auf den Boden. Nice. Das muss ich irgendwie... Ich hab nur noch einen live. Das suckt doch hart, Mann. Das ist... Hard-sucking-Kicks. Komm doch her mit deiner Feinig. Die sind mir sowas von egal. Die freuen sich alle voll da hinten, weißt du? Und ich... Shit, Mann. Das kommt direkt am Anfang. Egal. Jetzt hab ich den Dreh raus. Ich weiß ja jetzt, was auf mich zukommt, weißt du? Ich weiß, was ich... Ich weiß, was ich... Nee, es ist eigentlich nicht... Es ist nicht sackschwer, aber... Aber irgendwie schon. Ich weiß nicht, warum mir das so schwerfällt. Bitte nicht mehr diese... Jawohl, Frösche. Aber mit einem HP kann ja auch einiges passieren. Komm schon. Nein. Geh weg mit deinen verkackten Münzen. Alter, mich hat fast die Münze gefistet. Tiger. Nee. Was kommt jetzt? Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Ich hab einen... Komm her mit deinen verkackten Schafen. Ich mein, warum sehe ich in diesen Bienen Schafe? Schafe. Er kommt, wenn gerade noch die Bienen da sind. Hallo? Deine Bienen sind vielleicht noch da. Snitch. Ist wieder eins nach oben, ne? Naja. Kenn mich aus bei dir. Hier ist nun mal ein dicker Schuss von mir, meinst du? Geh in die Schmerz. First. Okay. Dieser letzte Bums ist echt fies. Ah, kacke, Mann. Die wieder. Alles klar. So schwer sind die ja gar nicht. Wenn du dir genau überlegst, sind die ja viel einfacher als alles andere auf der Welt. Darf ich halt nicht vergessen. Was passiert? Oh, shit. Oh, shit. Nein. Nein. Wenn man einmal aus dem Takt kommt, ist man... Ey. Ey. Das darf eigentlich gar nicht passieren. So rein rechtlich darf sowas gar nicht passieren, weißt? Du darfst das gar nicht passieren lassen, weißt du ja. Oh, shit. Nein. Nein. Ich hab... Ich glaub, das ist Glück wie in so einem Casino, was da kommt. Als wenn man an so einem Glücksspielgerät sitzen würde, ne? Mit so einem... Wahre Absicht. Manchmal will ich halt auf dem Spiel so eine kleine Leichtigkeit erfüllen. Ich kann ja nicht immer so krass drauf sein, weißt du? Oh, shit. Die da. Okay. Nicht auf den Takt kommt. Nicht auf den Takt kommt. Oh, knock out! Da! Wer macht... Äh. Wie ist denn? Easy A. Ich hab sogar geperrished. Okay? Parry 0 von 3. Egal. B. Wahrscheinlich hätt ich die verkackten Bienen parryen müssen. Seh ich ein, dass ich halt der Beste bin. Naja. You got the Ribby and Croak Soak and Chip. Gut. Die wollte ich auch haben auf einmal. Ich geh sofort zu der Fischfrau sprechen und frag die mal, ob die noch ganz sauber ist, ihre eigenen Landsleute zu essen. Hallo? Begone Spirits, oh wait, you're real. I was... Ah, fuck, das ist ja eine Frau. Begone Spirits, oh wait, you're real. I was about to hit you with a old parry move. That's how you deal with Ghost Randy. Only a... Only a liquid. Try to shoot someone who ain't ready there. Speaking of not being places, would your fellas mind move it on? You're spooky the fish. Ich spooken dich gar nicht, du Kacknase. Gut, wir haben hier so ein Ding. Ein Teehaus. Was haben wir denn? Ah, hier haben wir aber auch schon ordentlich freigespielt hier hinten, ne? Naja. Oh, wer ist das? Wie süß. What's that? You too want to fly in a plane like I do? Ha! You're not sitting in any cockpit until you study those Blueprints. Muss ich halt mal die Blaupause studieren. Aeroplane Blueprint. Here we go. Oh, ist das süß, oder? Okay, warte. Shoot. Auf A kann man parryen. Gut, gut. Auf Y kann man shrinken. Okay. Ja gut, los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Come on. Come on. Das war aber schwer. Dillt like Dix, ey. Bretton in Zeppelin. Was kann denn nicht schwer sein eigentlich? Ich weiß ja jetzt, wie man fliegt. Die sieht so süß aus. Das ist so richtig schön. This match, you get fucking wrecked, bitch. Ich mein, hey. Hey. Alter, ich werde sowas von perischen jetzt. Achtung. Wie? Das war nicht rot. Oh mein Gerd. Alter, Leute. Ja, parry. I got parry. Ich hatte so genudelt, Mann, die ganze Zeit. Oh, fuck life, dude. Oh, fuck life. Hier sind meine Bombs. Ich weiß jetzt, wie der Hasen läuft. Pass auf. Nein. Na, scheiße. Komm mal. Parry. Parry. So, jetzt geh ich nämlich hier runter, Madame. Von wo kommt sie? Von da, alles klar. Hier ist mal eben eine Bombs von, hä? Pass auf. Alles klar. Nein, ich bin in diese kleine, verschissene Kugel gefahren. Now I got it in the grab, dude. And, 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 yes. Ich hab was geperished. Du kannst mir nicht... Jetzt wird abnormal gecarried, Alter. Because of... Shit! Wie sie guckt. Als wäre sie irgendwie zerfistet, wäre. Shit, dieses, dieses... Oh, das, äh... Darauf achte ich irgendwie nicht. Was ist das? Pfff. Ah, da bin ich halt auch ultra fast, ne? Als, als... Nein! Als kleiner Sack bin ich ganz schnell gewesen. Hallo. Okay, ich mach mich kurz zum kleinen Sack. Ich mach mich kurz zum kleinen Orschloch. Ah, dann fliegen meine Schüsse nicht so weit. Alles klar. Sau dumm. Oh, voll den kleinen erwischt da. Na, Valeri. Oh, shit. Gut. Ich muss mir jetzt merken, dass es auf Y ist. Voll die schönen Hexen. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Okay, no problem. No problem for me. Ha! Kann ich jetzt auch zerstören, dieser, diesen... Ball of Lightning? Ja, nicht wirklich, aber... Nein! Ich hab das nicht gesehen, weil ich wieder nur auf mich geguckt hab. Ha! Komm, du bist down. Ja. Ah, 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 es tut weh, ne? Es tut weh. Oh, mein Gott, sieht das cool aus. Leute, das sieht... Das sieht ultra cool aus. Das wird... Äh, okay. Hey! Ich war irgendwas grad eben. Shit. Ich war eben ne Bombe oder so. Ich war eben die Bombe! Und hab's nicht genutzt. Okay. Oh, nein! Komm, fahr einfach jetzt hin und sag... Ah, ich werd zum Mond. Sehr gut. Oh, 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 oh. Ich hab nämlich noch drei Dinger. So, mein Meta ist voll. Achtung. Boom! Pass auf, pass auf, pass auf. Man kann doch nicht abschießen! Und der, einfach und der, der. Nein, shit. Das hat kurz nicht... Ja, knock out! Sorry, dass ich so laut bin, Leute. Aber das Spiel macht mich wahnsinnig. Ja, shit. Das ist so Kaiser Mario-mäßig. Nur ging Kaiser Mario wirklich nicht voran. Also, da ging ja gar nichts. Skill Level, zwei Sterne von zwei... Ah! Ja! Hab ich dich kaputt gemacht? You got the Hildeberg Soul Contract! Ja, Hildeberg! Folg dir! Ich krieg keine Münzen. Ich schick all the time keine Münzen. Was ist hier los? What the fuck is wrong with you? Ich hab ein Secret gefunden. Leute, willkommen zu meinem Secret Guide bei Cuphead. Einfache Sache. Ihr stellt euch hier hin, lasst die Magic passieren und dann seid ihr da. Als nächstes kommt... Tree Chop Trouble. In der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö! 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 Tschö!